Deutschland Achter gewinnt Vorlauf vor Italien damit direkte Qualifikation für das Finale am Sonntag Schmidt peilt fünftes Gold an der Deutschland Achter hat seine Titelambitionen bei den Weltmeisterschaften im Plau tief eindrucksvoll untermauert. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes DRV gewann am Mittwoch, 12. September 2018, seinen Vorlauf souverän vor Italien und dem EM-2. Niederlande und zog damit auf direktem Weg ins Finale am Sonntag 12.15 Uhr im ESZ ein. Im zweiten Vorlauf lösten Wiese-Weltmeister USA und Australien das Final-Ticket. Die USA waren dabei in 5,19,20 Minuten etwas schneller als der DRV Achter, 5,22,88. Olympiasieger Großbritannien kam mit großem Rückstand nur auf Rang 3 und muss am Freitag den Umweg über den Hoffnungslauf nehmen. Die seit zwei Jahren im Final-Rennen ungeschlagene DRV-Crew-Umschlagmann Hannes Odjik-Schwerin will in Bulgarien ihren WM-Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Nie zuvor hat ein Deutschland Achter in der exakt gleichen Besetzung zwei Weltmeisterschaften in Folge gewonnen. Die DRV-Crew, die im Ruderleistungszentrum Dortmund trainiert, hält die Weltbestzeit mit 5,18,68 Minuten, aufgestellt im Juni 2017 beim Weltcup in Posen. Sittstand, 12. September 2018, 11.54 Uhr. Sittstand, 12. September 2018, 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 12.